Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. So Freunde lacht jetzt wird gelacht, jetzt wird gezockt und zwar Tomb Raider Lara Croft Louvre Galleries. Ich starte einfach mal hinein in ein neues Spiel. Ja ich habe das erste Level habe ich schon mal vorgespielt und eigentlich auch durchgespielt. Ja und ich dachte mir so, das war jetzt so nice. Das spiele ich nochmal und nehme mich einfach mal mit, damit ihr quasi mit live dabei sein könnt. Ja und dieses Spiel ihr mit genießen könnt. So. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier rein und sammle mir erstmal ein paar Gegenstände ein. Falls das schön war, nehme mir das vierte Regal auch noch mit. Aha, die werde ich wohl bestimmt gleich gebrauchen können. Genau und hier ist das Problem. I need a key. Genau. Also habe ich einen falschen Eingang genommen. Ist nicht schlimm. Ich laufe wieder zurück. Und hol erstmal die Keykarte. Dann wollte ich das jetzt im zweiten Mal spiele. Heißt das noch lange nicht. Ups. Das alles perfekt klappt. So wie jetzt hier. Da hatte ich letztes Mal auch ein paar Anläufe für gebraucht. Wenn ich mal ein bisschen mehr anlaufe. Ah, zu kurz. Ah ne doch, passt. Na, halte ich doch fest. An der Kante. Ich glaube hier muss ich einfach nur... Einfach nur da durch, ne? Genau, so war das. Da ist sie schon. Aber nur, ich kann hier einfach zurück gehen. Seht da, das Gitter ist zu. Muss hier einmal runter rutschen. Äh. Upsasa. Also die Vöglein, die wollten mich hier von der Plattform schubsen. Habt ihr das gesehen? Puh, aber knapp. Haha. Ich dachte schon, sie kann nicht greifen. Ah, Lara guckt doch nicht so ernst. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist heißer Dampf. Ja, ganz elegant, wie Lara die Leiter... ...hoch geht. Die Kiste einfach ein bisschen vorschieben. Schon ist das... Ja, das ist überhaupt gut, ne? Meine Legs fühlen stronger. Also ich hab schon so viele Kisten zur Seite geschoben, aber meine... ...Legs sind immer noch nicht stronger. So, jetzt können wir quasi schon in den Louvre hineingehen. Weil wir haben ja diese wunderschöne Keykarte. Ja. Okay, jetzt gehen wir so rum. Ja, okay. Bisschen zu früh losgesprungen. Timing ist alles. Jetzt aber, ne? Dankeschön. Ups. Da ist sie. Ja. Ja. Und wieder zurück. Na, wo willst du hin? Ja. Ja. Ist ja gut. Und hinein. Das war genügend, würde ich sagen. Warum kann Lara keine Rolle? Komm, roll dich. Hm. Öh. Oh, 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 oh. Der war nicht gut. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei. Ja, geht doch. So, hätten wir den auch schon mal erledigt. Wollen wir hierher gehen? Ja, warum nicht, ne? Nicht gerade hier. Glaub ich, egal welchen Gang man zuerst nimmt. Jetzt können wir einfach rüberspringen, ne? Ja, machen wir einfach mal. Genau, der war ja ganz einfach. Ach. Ach, wo kommst du denn her? Ups. Zu oft geschossen. Einen Schuss verschenkt. Ne, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ein Kollege. Nein, wenn, dann machen wir alles kaputt. Nein, wenn, dann machen wir alles kaputt. Ja, kann das nicht mehr auf dem Schirm sein. So. Hey, da hätte ich doch andersrum begangen. Jetzt muss ich gleich zurücklaufen. Nehmen wir mal die nächste Tür Ne, ich geh jetzt mal nach hinten Ok, ich nehm doch die nächste Tür Kein Problem, gehen wir hier rein Ich bin ja flexibel Und zwar dieses hier Zack Achso, wo ich es gerade sehe, das Sigrid war übrigens ein Tomb Raider 3 Spiel Und zwar dieses hier Ja, jetzt eine Runde Hangeln angesagt Ja, die Grafik ist natürlich super gemacht Mit Liebe zum Detail würde ich sagen Okay, man So, einmal Laser ausschalten Oh, okay Oh, das hat schon mal funktioniert Na, ich geh nochmal einen Schritt näher Ja, das hat auch funktioniert Ja gut, hier muss ich einfach rüberspringen Ja, und hier muss ich eine Punktlandung machen Etwa so Aaaaah Ne, so, natürlich nicht So, ein bisschen ausrichten Na, dann passt das Gut Gleich hier nochmal Gut Achja, hier war das mit dem Wind, ne Okay Ja, versuch, mach klug Hat geklappt, ne Hat geklappt, ne Kommt, nochmal Ja, siehste, geht doch In diesem bisschen Gegenwind Aber auch das, kein Problem Ja, Lara, willst du nicht weiterkriechen? Äh, wo, wo, wo bist du? So, jetzt nochmal Einfach gerade auskriechen Ja, fein Es wird nicht öffnen Es wird nicht öffnen Es wird nicht öffnen Ja Ah! So, äh, wie war das nochmal? Einfach hier rüber. So, warte mal hier sind. Hallo. Ups, ah, die ist so weit, Lara. Und dann hier. Der Ja ist ja gut. So, jetzt wären wir wieder hier. Hier, äh, genau, Schallplatte. Eine Schallplatte auf den Schallplattenspieler. Na, das ist ja eigentlich selbsterklärend hier. Ah, die Musik ist klasse, ne? Oh, machen wir den da hin. Und hier, da kommt's mal ohne. Thema erledigt. Jetzt können wir das nächste Teil aufsammeln. Und hier ein Sitz. Aber erst mal miteinander kombinieren. Etwa so. Jetzt kommt Gas. Jetzt muss ich schnell sein. Ich hoffe mal, ich kann noch ein bisschen Energie zu mir nehmen. Ja, ist ja gut. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich bin ja fast reingelaufen. Ich glaube, hier oben noch mal gar nicht herlang. Das ist egal. So, ein bisschen Spaß machen, ne? So viel Zeit muss sein, ne? Äh, achso. Hier muss ich ja oben. Gehen wir diesmal links entlang. Ja, 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 ist ja gut. Das schaffst du schon, Lach. Keine Angst. Ja, äh, rennen wär gut. So, sie waren hier auf rechts oder links. Ah ja. Mit Sicherheit. Jetzt müssen wir erstmal das Gitter hier aufkriegen. Beziehungsweise die beiden hier. Können wir etwas einsammeln? Ah, ne, jetzt können wir erstmal hier das Gitter aufmachen. So, was haben wir denn hier? Äh, ein Funkgerät, ne? QRZ-Lara-Croft. Genau. Hier kann man auch noch reingehen. Nur mal Funkgeräte. Was sagt ihr nochmal Energie? Ach, volle Pulle. So, dann wollen wir hier so ein bisschen am Hebel ziehen. Im Endeffekt müssen sich alle Kreise drehen. Und gegenüber sind auch noch Hebel. Was kann man wieder fahren? Ich hab da irgendwie am Hebel gezogen. Bis sich alles gedreht hat. Ich meine, das wäre schon das Geheimnis. Ja. Ja, kurz und schmerzlos. Level beendet. 24 Minuten. Aber nur ein Secret. Da hab ich zweimal geschlafen. Warum auch immer. Okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich für die Zuschauer. Und verabschieben hier. Und sag mich zum nächsten Mal. Glück auf. Ich würde sagen, ich gebe dir mal Rudolf. Wenn ich aus plastics da, denkst. Das ist ja so einfach wichtig. Da, ich hoffe ich passt. Vielen Dank.